Such dir wenigstens eine ... aus dir die Titten hat, du ... Digga! Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WG Wars. Ja, ich bin nicht allein heute, ich hab mir die liebe Shirin geholt, als Verstärkung. Was geht? Denn ihr wisst ja, die Jungs haben mein Zimmer komplett leer geräumt und da muss natürlich eine Rache kommen, ist ja ganz klar. Und ja, willst du mal kurz erzählen, was wir geplant haben? Wir pranken heute den lieben Chris. Und es geht darum, dass ich komischerweise irgendwelche Unterwäsche in seinem Zimmer finde. Hä? Und wie sie dahin kommt? Keine Ahnung. Ihr müsst dazu wissen, heute ist bei uns in der WG Putztag. Alle paar Wochen machen wir das mal, bringen wir die WG richtig auf Vordermann. So muss das. Und ja, Chris ist da ja auch, wie ihr wisst, immer der fleißigste. Ich wette, der ... Putzfimmel des Grauen. Putzfimmel des Todes. Das heißt, der ist auch gut abgelenkt, gut beschäftigt. Und ich helfe. Ich habe mich bereit erklärt, damit es auch nicht unauffällig ist, warum bin ich denn da. Ich helfe und räume eben ... Zufällig sein Zimmer aus. Du brauchst eine Hilfe. Ja, und dann wirst du ein ominöses Kleidungsstück finden und Chris damit konfrontieren. Richtig. Und auch seine Reaktion. Ich bin so gespannt. Der Syves weiß auch nichts. Nee. Der ist auch nicht eingeweiht. Nur Phil und ich. Genau. Und ich möchte die so richtig fertig machen. Boah. Genau. Also seid gespannt. Wir schalten jetzt direkt ins Haus. Bis gleich. Wenn ihr gerade wüsstet, wie mein Herz glaubt. Okay. Also. Ich habe von ... ähm ... Ich habe einen BH gekauft. Der gehört nicht mir. Das ist ein Spitzenbeherr. Das ist nicht meine Größe. Also diesen BH kann ihr noch nie bei mir gesehen haben. Ähm ... Ich werde ihn jetzt verstecken. Ähm ... Ich werde dir sagen, dass ich den hier gefunden habe. Schön reingequitscht. Den habe ich jetzt gefunden. Und jetzt mache ich sein Leben zur Hölle. So. Ich muss mich in meine Rolle versetzen. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Hey! Was ist? Beweg deinen Arsch sofort hierher. Was ist los? Ich habe gesagt, beweg ... Du bist, dass ich dein Zimmer auseinander fülle. Beweg deinen Arsch mit. Ich mach alles kaputt. Alles, was du hast mit deinen Dreck-Sachen. Ich schmeiß alles runter. Ist das dein Gottverdammter Ernst? Was? Ist das dein Gottverdammter Ernst? Ich schülle ... Ich schülle ... Ich mach alles kaputt. Ist das dein Ernst? Das ist ... Ey, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß gar nicht. Was ist das, Alter? F*** dich! Schatz ... Wie ist das? Das ist ... Von wem ist das? Komm mal bitte runter. Du kleine Dreck ... Komm mal bitte runter. Was machst du da? Was? Das gehört ... Das gehört ... Ich weiß ... Ich hab nicht ... Ich hab nicht ... Ich hab nicht ... Ich hab nicht ... Ey, ey, ey ... Ich weiß nicht, woher das gehört wird. Du kannst ... Mach mal ... Ich hab ... Bitte. Warte, gerne. Ganz kurz. Ich ... Warte, ganz kurz. Was sind ... Was denn ... Das ist ... Ich weiß nicht, woher das kommt. Wo hast du ... Wo hast du, was denn gefunden kann? Ich hab mir keine ... Schatz dir nicht an! Was ist ... Die werden nie wieder mein Zimmer runterfahren, Alter, nie wieder. Ein Mensch ist ... Du wärst du schon eine ... Sonst ... Ich hab keine ***, Mann. Was ist das für eine Größe, du ***? Warum ***? Das gehört mir nicht, Mann. Und dann bei dir zu Hause? Nein! Und dann *** bin ich zu Hause. Sehst du mich vermessen? Hör auf, Mann. Entschuldigung, ich hab alles gefunden. Ich weiß nicht, wie das dahin kommt. Nee, du weißt nicht, wie das dahin kommt. Ja, ich weiß nicht, wie das kommt. Warum hast du das denn gefunden, Mann? Okay. Wo hast du das denn gefunden? Sag mir bitte mal was. Halt, Stefan. Hast du überhaupt deine Hände gewaschen? Wie viele *** hast du schon gef***t? Du hast... Wovon redest du, Mann? Wo hast du das denn gefunden? Kannst du bitte mit mir reden? Ich habe nichts gemacht, Mann. Es lag hier zwischen. Und ich ist dumm. Du laberst doch ***, Mann. Lass mich auch noch voller an von dir. Und musst dir noch zeigen, wo das ist. Wie sie ausgerastet ist. Ich habe keine andere Frau hier oder sowas. Was muss deine andere Frau hier? Ich habe niemanden. Ich bin im ganzen Zimmer. Ich *** dein Leben. Verstehst du das? Ich *** alles, was du hast. Du hast mir geschworen, dass du nichts mit mir machst. Du hast geschworen, dass du treu bist. Und du hast geschworen, wenn du mir vielmals angefangen hast. Hör auf zu Hause. Ich habe nichts gemacht, Mann. Checkst du das nicht? Ich habe nie keine Frau gehabt. Und ich habe auch keine andere weggeballert. Und ich... Sieh was, Johnny? Sieh was? Ist das... Ist das... Ist das ein Prank? Verarschen mich? Und du keine... Hey, 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 hey! Was ist denn los? Wir haben die Haare gefunden. Wir haben die Haare gefunden. Sag mal ruhig, Mann. Was ist das? Hallo? Hey! Hey! Ihr habt eine Scheiß-Dings hier gefunden? Der hat eine Scheiß-Dingsteine gefunden. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist passiert? Seid mal ruhig. Komm mal, bitte bei. Wir haben die Haare gefunden, Sachse, Alter. Hab ich nicht. Ich sag dir, dass ich keine *** habe, Mann. Ich sag dir, dass ich keine *** habe, Mann. Ich sag dir, dass ich keine *** habe, Mann. Ich bin seine Frau. Und du pittst. Und du bist dir sicher, dass du sein Kleins ist oder was? Hey, halt an deine Tröße, du *** und du? Und du? Ich weiß von gar nicht. Da ist noch *** noch rein. Ich habe hier noch nie eine ***-Mampa reingelacht. Ich hab keine andere Frau hier gehabt, Mann! Ich hab keine andere Frau hier gehabt, Mann! Was willst du von mir? Wann soll das denn gewesen sein? Das ist der beste Teil meines Lebens. Du verarschst mich, ja? Ich hab nichts damit zu tun. Ganz ehrlich, eine Frage, ich will das jetzt hier. Komm mal, ich scheiße auf deinen Verarschen! Das kann doch nichts sein, Mann! Das kann doch nichts sein von einer anderen Frau! Hey, ich kann auch nicht anders sein, wenn er nicht zu mir kommt, wenn er nicht zu mir kommt. Ja! Hey, hey, hey! Du hörst überhaupt auf den Scheiß, Mann! Du hörst überhaupt auf den Scheiß, Mann! Du kannst es genug sein! Du hast es genug sein! Du hast es genug sein! Hör auf, rumzutreten! Was soll der Scheiß? Du hast es genug sein! 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 Weißt du was? Jodie, lass mich kurz... Halt die Maul! ... 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 Was hab ich denn gemacht, Mann? Hier ist dein Auge drin, wasch ihr ... Philipp. Verpiss dich! Verpasst mich nicht an! Willst du, ich nehm ... Komm mal klar. Ich spuck dich an. Komm mal bitte klar. Mein Gott, fass mich da. Setz dich mal bitte hin. Ich habe nix gemacht, Alter. Die suchen mir zum Schuldigen. Leider ist keiner da, der das aufklären kann jetzt, ne? Alles, lass mich nicht kaputt machen. Sag mir, sag mir eine Sache. Wer ist die? Sag mir, wer ist die? Sag mir, wer ist das mit Köpchengröße, Doppel-A? Was ist das? Such dir längst eine F*** in die Tendenhaltung. Digga, ich ... Ja? Sag mir, wer ist das? Sag mir, wer ist das? Leute! Was du von mir willst? Ist das eine von früher? Von den ganzen F***? Was für ein F***? Wovor ich das noch bitte? Halt du deine Fresse, Mann! Als du in Bochum warst, ne? Ja. Die leiden, du, Alter. Die leiden, du bist es. Sag dir die Wahrheit. Was willst du zu? Bleib damit still! Du willst von mir die Wahrheit! Ich sag dir doch dir ... Ich will das nicht raus! Was willst du denn rausfinden, Mann? Was willst du denn rausfinden, Mann? Was willst du denn rausfinden, Mann? Du hast dich sowas von mit der Falsch-Ambilie. Du willst sowas von sehen. Verpiss nicht aus mein Leben. Lösch alles, was von uns existiert. Leute, gleich irgendwann müsste Schicking rausgerannt kommen. Und wenn alles klappt, läuft Chris hinterher. Das ist nichts passiert. Das ist nichts passiert. Das ist nichts passiert. Das ist nichts passiert. Und dann rufst du die Bullen und dann was? Sagst du ihnen, du hast ein BH gefunden oder was? Lass mich nicht durchgehen. Ich habe nichts gemacht. Sag mal, bist du blöd oder was? Ich lass dich doch nicht. Ich geh so lange, du mir nicht zugehört hast, Alter. Du willst weggehen. Lass mich mal bitte raus. Du willst weggehen und die will abhauen? Du siehst, es macht keinen Sinn. Es ist nichts passiert. Sag dem bitte, dass du keine andere Falsch am Schlager hast. Lass mich jetzt durch. Hier war nie eine andere Frau. Ich habe nie etwas mit einer anderen gemacht, Alter. Und dann? Was machst du denn nach 30 Sekunden, Alter? Sag ihr doch bitte, dass du keine andere Falsch am Schlager hast. Ich weiß es doch, Yvonne. Lass mich bitte einfach... Aber sag dir doch, Yvonne! Doch mal, lass mich gehen! Wenn du mir zu uns in unseren Kopien... Hey! Wenn ihr euch anschreibt, bringt es nicht. Ja, lass mich einfach durch. Lass uns doch vernünftig... Wofür mit deinem Leben, Alter? Lass uns vernünftig hin, Alter? Ja, wofür? Nein, wofür? Nein, wofür? Nein, wofür? Nein, wofür? Nein, wofür? Jetzt kommst du weg! Was soll der Scheiß, Mann? Ey, was soll der Scheiß? Ey, ihr blöde... Komm, deine Gehme aus. Ey, wie gesagt... Komm, ey, du bist ja lustig, ***! Ey, was ist denn los? Ey, ***! Ich wusste nichts davon, Alter, wirklich nicht. Ich hab extra noch gefragt... Ich wusste nichts davon, wirklich nicht. Ich wusste nichts. Du wusstest nichts davon. Digga, find doch mein Herz, ich wusste nichts. Hundertprozentig warst du nicht eingeweiht, oder was? Weißt du, ob ich die ganze Zeit verstanden habe? Ey, wenn du siebes Gesicht gesehen hättest, du hättest dich tot gesehen. Ich hab mich hier von tot gehalten. Wenn du es oxidiert hast, er versucht immer so... Hey, hey, hey! Wohin! Lass uns das in Ruhe klären, anschreien bringen, ich... Du wusstest wirklich nichts davon. Nein, Mann! Frag ihn doch! Ich hab gerade in der Tür aufgemacht, was ich die Kamera... Schatz! Was geht, Alter? Das ist lustig, Alter. Ich hab auch mein Leben geschenkt. Ja! Und das findest du lustig? Ich weiß nicht, Alter. Einmal kurz versöhnen ums NK. Ja, ne? Das ist behindert, Alter. Das weißt du, ne? Nee, 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 nee. Vor allem hast du mich hier noch ange... Bist du asozial? Schatz, das musste realistisch aussehen. Ich musste das... Ich kann nicht so sein, Alter. Das war's. Was? Er dachte vorher, mach ich hör damit. Ich hab doch gesagt, das Beste war sein Gesicht. Ey, Digga, das ist echt überhaupt nicht geil, Alter. Ich bin richtig abgefuckt, Alter. Geh ich. Ich muss doch sagen, deine Rache ist genug, Alter. Ich bin richtig abgefuckt, Alter. Komm, wer will die Endkarte machen? Nämlich nicht mehr. Ich bin richtig, Alter. Ich dachte, die Schlage ist richtig weg. So hat sich das auch angelernt. Ja, vor allem, Alter, so... Ich dachte, in dem Moment so, was ist passiert, woher kommt das? Ich hab gar keine Ahnung, ihr findet das lustig? Schon, ja. Ich kann einfach ruhig, wenn ich das kurz nicht schaue. Komm, ganz schnell. Hier hab ich ein geiles Video verlinkt. Zeig nur mal kurz drauf. Hier. Ja? Das ist auch gar nicht witzig, Alter. Das ist echt... Man verpässt mich, Alter. Ist ja, ist alles gut. Ja, alle haben sich... Was du ja nennen kannst. Ja, super. Wir geben uns. Jetzt brennt ihr richtig drauf. Jetzt eskaliert ja alles. Die nächste Rache wird wahrscheinlich Tutsch oder Tod. Jungs, ich koch euch was. Ist was cool, nicht cool. Bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch. Danke auch an Shirin für diesen krassen Überblick. Ja, danke. Wir gehen jetzt zu Chris ein bisschen beruhigen. Ein bisschen kuscheln. Ja, genau. Wir kuscheln jetzt alle mit Chris. Bis zum nächsten Mal. Tschau.